Wer stiehlt mir die Show? Joko sich die Moderation zurück. Joko Winterscheidt, 44, hat seine Show zurück. Am Sonntag siegte der angestammte Moderator bei Wer stiehlt Zwinrik die Show. Damit darf er seine Sendung am nächsten Wochenende wieder selbst moderieren. Dennoch stahl ihm während der Aufzeichnung ein Überraschungsgast die Show. In der vergangenen Woche hatte sich ein Wildcard-Kandidat die Moderation der ProSieben-Show erspielt, zum zweiten Mal hintereinander. Zwinrik Gollmann, 37, inszenierte sich am Sonntag dann als ganz normaler Kerl. Seine Eltern saßen in einem separaten Raum und verfolgten die Sendung auf einem Fernseher. Die Zuschauenden bekamen parallel ihre Kommentare zu hören. Als Joko Winterscheidt das erste Spiel gewonnen hatte, kam es zur Überraschung in der ansonsten bodenständigen Show. Ein Flitzer überreichte ihm die erste Münze nackt. Nur mit Stiefeln bekleidet rannte ein junger Mann auf Winterscheidt zu. Die heiklen Körperteile waren für das TV-Publikum immerhin verpixelt. Winterscheidt war aber aus dem Konzept gebracht. Boah, ist die warm, sagte er über die Münze und fragte, wo hatte der die? Zu wem von euch gehörte der, ihr Föckel? Doch dann fing sich Joko Winterscheidt. Er setzte sich gegen die Promis durch. Zuerst erwischte es Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, 34. Danach verabschiedete sich Rapper Sido, 42. Als letzter Promi musste Tokio-Hotelsänger Bill Kaulitz, 33, gehen. Im Finale schlug Joko Winterscheidt dann mit Zwinrik den zweiten Normalo-Gewinner hintereinander. Am nächsten Sonntag, 19. März ab 20.15 Uhr auf ProSieben, heißt es also wieder wer stiehlt Joko die Show. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând, niciun curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja, aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba, când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar, acum că nu.